exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren anklage gegen vier mutmaßliche anführer von verbotenem rechtsextremen verein combat 18 deutschland die anklage gegen vier mutmaßliche führer des verbotenen rechtsextremen vereins combat 18 deutschland ein verbotener rechtsextremer verein mit dem namen combat 18 deutschland wird erneut in den schlagzeilen beleuchtet vier mutmaßliche anführer des vereins sind nun unter anklage gestellt dies meldet der spiegel am 30 märz 2024 combat 18 ist bekannt als international agierende rechtsextreme organisation die ihren ursprung in großbritannien hat der name steht für den ersten und achten buchstaben des alphabets und ist ein synonym für adolf hitler wie berichtet hatte der innenminister horst seehofer die gruppierung im januar 2020 in deutschland verboten laut anklage der bundesanwaltschaft handelt es sich bei den vier beschuldigten um ehemalige anführer des seit 2020 verbotenen vereins sie werden beschuldigt eine terroristische vereinigung gegründet zu haben die beschuldigten sollen nach informationen der süddeutschen zeitung vom 30 märz 2024 fiktive identitäten genutzt haben um die wahren absichten von combat 18 deutschland zu verbergen darüber hinaus wird ihnen vorgeworfen ausbildungscamps und treffen organisiert zu haben um das rechtsextreme gedankengut zu verbreiten und mögliche anschläge zu planen die vorwürfe sind schwerwiegend und könnten bei einer verurteilung zu langjährigen haftstrafen führen der prozess gegen die beschuldigten wird mit großer aufmerksamkeit sowohl von der öffentlichkeit als auch von den medien verfolgt es ist wichtig zu betonen dass das bundesverfassungsgericht die verfassungsrechtliche ordnung in deutschland bewahrt hass und gewalt können in unserer gesellschaft keinen platz haben der prozess gegen die mutmaßlichen anführer von combat 18 deutschland ist daher von großer bedeutung für den kampf gegen rechtsextremismus und terrorismus in unserem land autor anita farke donnerstag vierten april 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen